hallo und herzlich willkommen zurück bei neo2 bemastert wir befinden uns hier im honoji tempel in der honoji tempelanlage das hier kennen wir schon allzu gut denn ich weiß ganz genau wie wir hier auch waren im ersten teil ja und natürlich kennen wir auch diesen diesen tempel dahinter also diese halle kennen wir natürlich auch extrem gut denn da bin ich sehr oft gestorben als ich gegen nobunaga und seine allerliebste gekämpft haben nun ist es so dass nobunaga und seine allerliebste hier wieder kämpfen allerdings diesmal nicht gegen uns sondern gegen jemand anders waren wir hier oben ich habe jetzt eben vor zehn minuten habe ich das gemacht waren wir hier wahrscheinlich so ich will noch nicht mit ihm reden will ich mit ihm reden sollen wir mal da erst mal da reingehen da kommen wir her oder hier ist irgendwer noch am tun und machen warte mal da ist noch jemand da kommen wir nicht hin kommen wir nur von der anderen seite hin gut dann müssen wir wahrscheinlich mit ihm reden wir steigen aber nicht hinab wir sind furchtlos und machen das so wir sind da habe ich alles ich hoffe da geht es rein in die finsternis hier ist der andere hier haben wir aufgemacht oder hier aufgemacht ach hier ist er hallo und das ist aber unschön jetzt oh und das ist ja noch unschöner ach ja okay gut wir gehen doch einen anderen weg ach ja 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 so so okay ein bisschen geld was ist das ach soll ich mal mit ihm reden geht er dann mit mir mit wenn ich mit ihm rede hallo ach ja ja super komm jaske machen das gemeinsam jetzt hier war normalerweise immer eine wand komm wir haben wir das hier mal aufmachen verdammt das kann man ja echt aufmachen nee 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 warte mal geh auf damit wir gehen da noch nicht rein komm mit du hast auch eine axt diesen axt brüder und schwester und axt geschwister aha da ist sie die wand es hat sogar gestimmt ich glaube es ja wohl nicht ich glaube wir gehen gleich erst mal mit dem juss gebaden ist ja gar nichts zum baden ach aber da ist ein ding ist hier wo ist denn eigentlich die mumio wollte die nicht mit uns mitgehen eigentlich das ist übrigens der obsidian krieger ich bin etwas verwirrt gerade können wir das aufmachen die laufen gerade hier ringt herum warum 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 wo komm ich da kann man es durchschlagen wo soll man da hoch gehen mal äh hier gibt es so viele wege ähm warte mal die zeit ab jetzt so hier haben wir erstmal noch was muss man das hier kaputt machen eventuell ja tatsache gut da könnte man nämlich da aufmachen komm obsidian wir machen das das wohnschü oh von ubume oh scheiße die was hat er mich jetzt gefragt ob ich all right bin nee leicht davon entfernt all right zu sein oh hi wir haben ihn schon dabei das sieht ja schon mal gut ich auf das gute ist wir haben ihn dabei das schlechte ist ich weiß gar nicht was das schlechte ist oh wo müssen wir eigentlich hin wo ist denn unser ding so wenn wir jetzt ihn dabei haben dann müssen wir natürlich auch gleich die ganze blutkleber machen sieh auf hier bin ich irgendwo gestorben gell hier bin ich irgendwo gestorben hier bin ich schon Ufff! Wir haben sie geprügelt, Herr Obsidian-Krieger. Oh. So. Wir sind da. Wir werden jetzt etwas tun, und zwar Blutgräber ausheben. Angelo vor CK. Natürlich verbrenne ich auch. Das ist ja super. Sieht mein Zeug da drin? Egal, was soll's. Herkules Yashamaru zerschmettert. Ich will ihn umbringen. Ha. So, wen haben wir hier noch? Du lässt mich wahrscheinlich beim Endgegner wieder allein, gell? Akechi Magurujuro. Der hat fünf. Was bedeuten diese kleinen Blutgräber da neben, äh, unter dem Namen? Ach, der ist aber hartnäckig gewesen. So. Komm mal mit hier. Draußen waren auch noch Tote, glaube ich. Oh, ne. Oh, ne. Keinen Toten? Oh, oh. Oh. Nicht ins Feuer. Das war auch knapp jetzt. So. Ah, hier haben wir noch einen, den können wir direkt ins Feuer schicken. Wenn wir uns hier hinstellen, müsste er eigentlich direkt ins Feuer gehen. Äh, Endward. Ah, er brennt. Sehr schön. Hä? Was ist jetzt los? Ach, der spinnt schon. Ja gut, dann mach das mal. Hoffentlich brennt er noch ein bisschen länger. Ah, ne. Schafft er nicht. Ach, schade. Oh, oder? Ja, er geht wieder ins Feuer. Aber es bringt nichts. Oh, nein. Och, schade. Ein Millimeter noch. Oh. Den vergesse ich irgendwie immer. Wie kommt der hier weg? Hat der auf gutes Wetter, oder was? Komm mit. Ich bin deine Anführerin. Komm. Ich bin deine Anführerin. Cool. Sehr schön. Gut. Dann gehen wir jetzt mal den Weg, den wir auch wirklich gehen sollen. Vorauskens, ich finde ihn. Warte mal. Hier kam er her. Da hinten habe ich ihn irgendwo eingesammelt. Äh, gehen wir mal hier hoch. Genau, hier geht's lang. Ja. Hier sind wir richtig. Wo bist du? Komm, komm zu mir. Ja, aber er nutzt schön die Leiter. Muss man eigentlich schon lassen. Er hat schon Ahnung von dem, was er tut. Ach, das ist doch der andere. Sterb. So. Was haben wir denn hier jetzt? Ah. Was ist denn los? Was? Alter. Alter. Ach so. Gut, die können wir eigentlich aufmachen. Nee. Handrohr. Welches war denn unser richtiges Handrohr? Das hier, gell? Nee, das da. Ja. So. Ach, gucke da. Wo sind wir denn jetzt? Dann habe ich ja zwei im Gepäck. Oh. Oh, ich spreche noch mal. Da vorne haben wir Ipontatara. Kommt Leute, wir gehen jetzt zum Ipontatara. Oh nein! Was ist jetzt passiert? Scheinbar habe ich irgendwas gedrückt. In Iijin? Ach, hier sind wir hier. Okay. Komm mit. Großauge und Kleinauge. Mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Ich wollte eigentlich gar nicht das drücken. Ich habe schon damit gerechnet, dass wir sterben. Scheinbar nicht. Oh, komm mal. Hier, das hier. Da kommen wir nicht rüber. Da kamen wir her. Da oben will ich auch hin. Was haben wir denn hier? Kiste? Hier haben wir noch so ein paar... Oh, bist bescheuert! Oh Gott, ey! Ich habe doch nicht getroffen. Die! Nein! Nein! Wie komme ich jetzt dahin? Wo ich mein Zeug verloren habe. Oh. So, wir holen sie erstmal sie. Bringt das einfach mal hier hochgehen. Wartet mal, ihr Buchst. Hallo! Was ist denn das hier, wenn es Fertsch ist? Hinabsteigen. Ne, ich will mein Ding haben. Ach, ich liebe diese. Ich liebe das. Oh. Sag Hallo. Gib mir was. Na los, ich weiß, dass du was hast. Ja, ich habe sehr viel. Tatsächlich. Helm des Ostens. Bitteschön. Seid gar klar im Hut. So, komm mit. Da ich irgendwie echt nicht weiß, wie der hinkommt, benutzen wir mal eine Beschwererkerze. So. Gehen sie mal da rein. Komm. Ich wusste es. So, jetzt muss ich aufpassen. Der andere steht im Wege. Ah, hier lang. Ne, hier ist nichts. Kriegt man nichts auf. Okay, das war nur Zusatz. Okay. Das ist nicht gut da. So, wir holen ihn mal Young Nest. Was? Na, Young Nestimen. Okay. Sehr gut funktioniert. Hä, jetzt komme ich da nicht dran. Jetzt. Ach, hier haben wir angefangen. Gut. Dann nehmen wir den hier noch mit. Hausgur. Schön. Mal das. So. Hatte mich der, der Ippontatara hatte mich doch umgebracht, gell? Ich komme jetzt zu dem. Da drüben. Ach, da ist noch so ein anderer. Ach, so ein Ninja-Typ. Wie hießen die noch mal? Wie er mich auch umgebracht hat? Können wir jetzt eigentlich hier überlang laufen? Ne. Ne, das kann man nicht. gut. Gut. Dann kämpfen wir jetzt mal gegen den anderen da. Wir müssen das ja eh ablaufen. kommen. Ich habe nur gedacht, wenn wir den Ippon umbringen, dass das dann gegessen ist. Aber scheinbar doch nicht. Gehen wir hier runter. So. Oh, da habe ich was gegessen. Kleine Vieh macht auch Mist. So. Komm mit. Oh. Nein, da habe ich auch was gegessen. Wir machen erst mal den hier. Oda Nobutada. Okay. Oda Nobutada. Oda Nobutada. Weiß ihr Bescheid. So. Wo war er? Oh. Nein. Da oben dieses Geld regt mich auf. Ich will das haben. Da. Da müssen wir kurz die Nase krabbeln. Dann geht's los. Bist du bereit? Hä? Das ist ja krass. Wenn der einfach auch Feuer hat. Wegen dem anderen Vieh. Hat der das andere Vieh geledert. Das ist ja cool. So. Jetzt gehen wir wieder hier rein. Da vorne. Oh. Alles in Ordnung. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Nein, nichts ist in Ordnung. Ich weiß schon wieder nicht, wo das ist. Jetzt muss ich schon wieder beschwöre Kerzen nehmen. Mann! Vielleicht kriegen wir aber so jetzt ein Level. Wie viel brauchen wir denn? Äh, noch 33.000. Müssen wir eigentlich schaffen. Was ist mit dem Helm? Habe ich gerade einen Helm geopfert, den du behalten willst? Dann ist es jetzt zu spät. Oh. Zwei fehlen uns noch. Zwei kleine. So. Stufenaufstieg. Wir machen das noch bis 15.000 und den Rest mal da oben. So. Kommen wir noch recht gut klar hier. Ich wollte irgendwas gucken. Aber ich weiß nicht mehr was. Joriki Panzerhandschuhe. Die sind besser, wie die die wir anhaben. Joriki Panzerhandschuhe. Giftschutz, Blitzschutz. Damals Autoregeneration. Ne, wir behalten diese. Also ja, ihr Ding immer. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Und tschüss. Tschüss.